Was soll passieren? Na Mann, Digga! Bro! Bro! Digga! Dieser Wichser, Alter! Dieser Wichser! Warte, warte, wo ist es? Okay, also falls ihr es beim letzten Mal nicht gesehen habt, der Typ geht einfach hin und nimmt zum Spielzeug und macht so mega viel Volt drauf. Das ist alles, was es ist. Meine Rente steckt in meinem PC und staubt ein. Das ist ein guter Pacer, wie ich das? Helft mir. Ah, der Woll noch nicht fern. Ja. Er ist tot hier. Er ist tot 100%. Ach, herrlich. Uuuuuh, okay! Och Mann, Digga! Warum lag das Video so? Das hat voll die Gag verkackt. Och Mann, Digga! Rude ist so! Mann, das ist so ein dummer Channel, ne? Das ist so ein dummer Channel. Was ein unfassbar dummer Channel so. Rupi, check den Dude mal ab. Rupi, check den Dude mal ab. Oh mein Gott. Neues Voltage Video. Wollen wir gucken? Okay, also falls ihr es beim letzten Mal nicht gesehen habt, der Typ geht einfach hin und nimmt zum Spielzeug und macht so mega viel Volt drauf. Das ist alles, was es ist. Das ist alles, was es ist. Ne, geil. So geht dieses scheiß Pferd hin. Nein, der ist schon stark. Doch, ich mag das. Das Ding ist halt, die meisten Sachen fallen halt einfach nur um, ne? Das ist halt das Problem. Bro, holy shit. Ist das dumm, Alter. Junge, ist das dumm, Digga. Wheelie einfach. Holy shit. Bro. Bro, wie viel Klebestreifen inzwischen an diesem Pferd sind. Junge, dieses arme Ding, Alter. Alles erinnert mich an meine Ex, Bro. What the fuck? What? Oder was? Holy shit. Holy shit. Alter, was? Was? Digga, der Bruder hat sich... Der Bruder hat sich mal spontan selber auseinander geschraubt. Bro. Bro. Was ist das? Oh mein Gott. Was ein Scheiß. Warum macht der das mit einem Schraubenschlüssel? Oh mein Gott. Aha. Ist das Scheiße, Digga. Ist das Scheiße. Bro. Ist das Scheiße. Bro. Oh, Bro! Digga! Weihnachten fällt aus! Alter, holy shit! Holy shit! Digga, er ist tot. Danke, dass ich mich anschauen hier nochmal. Boah, was eine Scheiße. Junge, holy shit! Boah, wer zum Fick würde so was seinem Kind kaufen? Stell dir vor, dein zweijähriger Sohn kommt mit ihm hier rein. Ja, moin. Na gut, ja. Amis halt, ne? I guess. Digga, sein Arm ist einfach schon ab. What the fuck? Okay. Es wird mal wieder Zeit. Bro, was ist das? Holy shit! Junge, sick! Game over! Boah, dann, er... Das macht halt keinen Sinn, weil er muss halt ultra krass performen dafür, dass das halt, dass er das schneller machen kann. Ah, ne, den fährt dann einfach drüber. Ah, ne, 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 ne... bmw fahrer aber auch noch schön ohne blick performance hoch mit dem test das aussteiger kevin in einem multiverse ausstatt so angeln muss ja man oder so was ähnliches hatte ich aus was ist so geil ich hatte so was da musste man so entnageln die band in so einem wasser und hat die hinten so magneten drauf das war so geil einzelkind spielzeug bruder brot tut so als hätte er irgendwie nur steine und stöcker gehabt als hätte man das jetzt nicht zu zweit zocken können wenn man geschwister hat wo das jetzt ab auf einmal hau zu basic einfach ja chat hatte recht das ist wie der arsch bis auf alle das erste das ist der beste